In einem üppigen Dschungel sitzt ein Affe gemütlich auf einem Baum und genießt einen Joint, als eine Eidechse vorbeikommt. Die Eidechse schaut neugierig nach oben und fragt, hey, was treibst du da oben? Der Affe, der sich bester Laune erfreut, antwortet mit einem breiten Grinsen, ich genieße einen Joint, komm noch hoch und mach mit. Ohne zu zögern, klettert die Echse geschickt den Baum hinauf und setzt sich neben den Affen. Gemeinsam rauchen sie fröhlich noch einen Joint. Nach einer Weile, als die Sonne langsam hinter dem dichten Blätterdach verschwindet, bemerkt die Eidechse, dass ihr Mund trocken wird. Sie beschließt, sich eine Erfrischung aus dem nahegelegenen Fluss zu holen. Am Ufer angekommen, ist die Eidechse jedoch so bekifft, dass sie ihre Balance verliert und plötzlich ins Wasser plumpst. Ein aufmerksames Krokodil beobachtet das Geschehen und schwimmt schnell herbei, um der benebelten Eidechse zu helfen. Als die Eidechse sich aus dem Fluss rettet und wieder festen Boden unter den Füßen hat, fragt das Krokodil mit besorgter Miene, was ist denn passiert? Die Eidechse erklärt, dass sie mit dem Affen im Baum gesessen und einen Joint geraucht hat, als er plötzlich der Mund trocken wurde und dass sie so benebelt war, dass sie beim Versuch, Wasser aus dem Fluss zu trinken, hineingefallen ist. Das neugierige Krokodil beschließt, dieser seltsamen Geschichte auf den Grund zu gehen. Es macht sich auf den Weg durch den dichten Dschungel und findet schließlich den Baum, in dem der Affe noch immer fröhlich einen Joint genießt. Mit einem lauten Brüllen ruft das Krokodil, hey Affe! Der Affe, der gerade genüsslich an seinem Joint zieht, schaut hinunter und antwortet mit einem breiten Grinsen, alter, wie viel Wasser hast du denn getrunken? Hahahaha 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 Hahahaha